Musik Einfach so zum Spaß steht Maya nicht im Sand. Der Publikumsliebling zeigt erstaunlichen Ehrgeiz. Ein hohes Niveau, wie es an den Turnieren im Ausland von der Schweiz und den anderen Nationen zelebriert wird. Musik 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 Ja, that almighty amazing, highly contagious, kamikaze sound splash, like a shot from a gauge into your body sound class. One of the class magna come, loudy beats, bring the beats, got me, flagrant, foul, rowdy, re-pipe, deep tight, this position, keep on flipping, keep on playing, make position, keep making the people listen what I spend, put them out on the limb, got tears, got blood, got sweat, leaking out of the pen, your faith not setting the trend, you never listen to this. Im Dezember 2005 hat die Schweiz in Moskau ihren ersten Europameistertitel geholt, der bisher größte Erfolg für die Beachsockernation Schweiz. Im Finale bezwangen die Eidgenossen den Gastgeber Russland mit 5 zu 4. Bereits im ersten Spiel hat die Schweiz den amtierenden Weltmeister Frankreich aus dem Rennen geworfen. Eine EM wird jeweils zweimal jährlich durchgeführt, einmal indoor und einmal outdoor. Dazu kommt noch die WM. Die Möglichkeit, einen großen Titel zu holen, ist also regelmäßig vorhanden. Beachsoccer ist eine ernsthafte Alternative, ja sogar eine Bereicherung für den Rasenfußball. Mitnehmen können die Rasenfußballer noch zwei andere Dinge. Die Spielfreude und vor allem den Offensiv-Brun der Beachsoccer-Spieler. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.